Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu LSS 17. Forstprojekt zusammen mit den Tino, den Friesi, der nicht als Admin eingeloggt ist und den Werner. Hallo. Was für ein Forstprojekt? Forstprojekt. Achso. Wir sind hier bei der Fleischerinnung jetzt. Das warst du höchstreich, aber hier backts aber heftig. Was backt denn? Der Träger. Der Träger? Du bist auch minimal in der Luft. Ja, ich würd's grad sagen, das ist kein Bug, physikal ist nicht möglich. Wow. Da haben wir den nicht abgestellt. So, jetzt geht's. Werner, erzähl doch mal, was haben wir neu? Ah, wir haben neu wieder von Kevin bekommen. Dankeschön, Kevin, an der Stelle. Wenn wir Steuerung und die Taste Y drücken, gelangen wir in ein Farm-Tablet, auf dem der gute Fabrikskript als App drauf ist und da können wir uns alle Sachen angucken, die wir hier zur Verfügung haben, können auf die einzelnen Segmente draufgehen und können dann weiter sehen, wie viele Produkte drin sind, was fehlt bei jeder Produktionsstätte und so weiter und so fort. Also ihr geht jetzt einfach, wenn man das ganz slow macht, geht ihr einfach mal jetzt auf, wie gesagt, Steuerung Y auf die App links oben und dann zum Beispiel auf Palettenwerk. und dann geht ihr rechts unten auf zur Detailansicht und dann seht ihr Rohstoffe, Produkte, Produktion pro Stunde, wie viel ist da, wie viel fehlt und so weiter und so fort. Das heißt... Von der Ding wieder. Bitte? Von der Ding wieder. Mit Steuerung X macht es wieder zu. Aber ähm, wieso steht jetzt bei Sägewerk, Fabrik, Slow und Holzscheidelwerk immer dasselbe drinne? Warum? Wo gehst denn du denn drauf? Warte mal. Anzeige ich auf alles klicken. Ach so. Und immer wieder das gleiche. Ne, bei mir nicht. Palettenwerk. Wenn ich auf die Pekka reingehe. Ne, du darfst nicht auf weiter gehen, sondern zur Detailansicht. Tour Detailansicht unter dieser Map. Jaja. Jaja. Okay, sorry. Das hatte ich falsch. Was ist denn dieses Weiter? Ach, das ist die nächste Seite. Die nächste Seite, ja. Das sind zwei Seiten. Genau. Alles klar. Das ist alles noch ein bisschen im Anfangsstadium. Ne, äh, war ja unsere Dummheit gerade. Weil, dass man dann die Seite weiterblättern kann, weil nicht alles auf die erste geht, ist ja... Das Angenehme ist halt, du musst jetzt nicht jedes Mal hinfahren, sondern kannst das von einem beliebigen Ort auf der Map einfach aufrufen und gucken, was ist die Sache, was muss ich machen und so weiter. Was ist Fabrikslo? Jetzt stellen wir mal drinnen... Achso, Fabrikslo ist das, wo wir hier oben direkt sind. Genau, wo wird das große Segelwerk. Da fehlt uns ja noch der Brennstoff. Richtig. Der Segelwerk ist das normale, aber das Geile ist, es wird ja auch auf der Karte angezeigt. Das finde ich auch sehr geil. Ja. Okay, ist ja super. Ähm... Mega. Ja. Ja, von mir auch. Kevin, vielen, vielen Dank. Bisschen mehr Technik für die Forstwirtschaft. Weiß es sieht. Ähm... Ach Gott, wir haben ja hier alles abgeholzt, ne? Wir müssen erstmal wieder runter. Ja. Waren hier. Ich nehme den hier mit. Hier geht es glaube ich auch lange, wenn die... Wer ne? Hier ist einer. Ja. Ja, ich nehme erst noch ein Segelwerk hier, oder? Da ne? Ich habe doch gerade was gesehen, da kann man die doch noch reinhauen. Die Holzstämme? Ja, da hinten, oder? Oder? Ich warte mal hinterher. Ja, ja. Ich nehme da, da vorne gleich links. Das ist doch normale Segelwerk. Da bin ich blöd. Ich glaube, das ist für die Paletten gewesen. Also wir haben hier oben das Segelwerk, wo wir jetzt waren. Dann haben wir die Holzscheidelfabrik. Da gehen nur Bretterpaletten, Leerpaletten und Diesel rein. Und wir haben da oben noch das Holzkohlewerk. Und in das Holzkohlewerk gehen auch Holzscheitel, Leerpaletten und Wasser. Also Baumstämme kriegen wir da oben nicht mehr los. Das heißt, wir müssten jetzt mal gucken, dass wir hier Brennstoff ranbekommen. Den brauchen wir dringendst. Wir könnten aber, Randy, diese Holzgedönse hier oben liegen lassen. Und dann, wenn wir es benötigen, einfach reinballern. Ja, ja. Wir haben hier den wunderschönen Kran. Naja, die Frage ist jetzt, wie wollen wir denn Hackschnitzel produzieren? Und wollen wir etwas mehr Hackschnitzel produzieren und gleich verkaufen oder nicht? Oder, ich weiß ja nicht. Guckt's jetzt, ob wir uns was kaufen wollen, oder? Boah, Hackschnitzel ist echt das Problem. Was denn da? Ja, was holen wir uns da? Also wir brauchen eigentlich Hackschnitzel nur als Brennstoff, ne? Weil zum Verkaufen lohnt sich eigentlich gar nicht. Dann entweder den BA 725D oder den HEM 583Z. Ist halt nicht mehr, welcher hier so rumgepackt hat. Hm. Ich glaube, der BA 725, der ist doch mal weggerollt, oder nicht? Na, wenn mich nicht alles täuscht, produzieren die dann sowieso Hackschnitzel, ne? Wenn die einmal laufen. Ist dann ein Nebenprodukt auch Hackschnitzel, oder? Hm, richtig. Ja. Von daher bräuchten wir einfach nur eine Schaufel, dass es anspringt. Ähm, wir haben ja im unteren Siegelwerk, haben wir ja theoretisch noch, äh, liegen, glaube ich, oder? Ich guck mal. Ich kann auch knapp, Moment mal, welches war denn das? Ja, das Hackschnitzel. Da könnten wir noch ein bisschen was einfach nehmen und hochbringen hier. Ja, klar, das nehmen wir einfach und hauen das da oben rein. Dann sehen wir ja, ob es reicht. Genau, haben wir eine Schaufel am Schnitzel? Äh, irgendwo bestimmt. Ja. Gab Brandys Radlader, äh, hat bestimmt eine Schaufel irgendwo. Ne, das hat keine. Auch keine. Glaub ich. Braucht man mal schnell eine Schaufel. Hm, dann können wir mal eine. Da würde ich tatsächlich aber für den Radlader kaufen. Hm. Wolle ich mal drunter? Ich gucke, ich kaufe eine, du kannst runterfahren. Hm, Radlader. Ja. Soffen, klar. Kaufe. So. Kaufe. Zack, zack, zack. So, hast er. Probisch. Sag mal, hängst du jetzt mal das Ding ab? Was ist denn für ein Ding? Anhänger, hier. Der Schlingeling. Da. Okay. Friesi fräst ja immer noch. Friesi fräst die Baumstämme. Ja, aber irgendwie. Freuen sie mich dann nicht? Wird nicht weniger? Ja. Das und. Einige bei dir lassen sich einfach nicht wegfräsen. Da kommt dieses Holzding nicht. Wisst ihr was ich mein? Hm, diese Späne. Fräsen. Ohohohohohohohohohohohohohey. Ich hab fast ins Wasser gefahren. Dann nimm doch den, äh gehts mit dem anderen, mit dem Kleinen. Ne, mit dem geht es ja auch nicht. Ich will die aber wegha- ah, ich will die aber wegha- ah, ich will die aber wegha- ah. Oh Werder, was ist denn du denn da? Mal gucken was es wird. Wow, da hau ich mir tatsächlich noch so einen Stick mit Käse rein hier. Ist ja besser wie im Kino. Das ist ein bisschen Geduldsspiel hier. Meiner Tochter geflaut. Geht jetzt noch weiter zusammen oder nicht so? Ne, ok. Du musst höher Werder, du hast den Trailer. Ja. Ein Stück höher. Komm höher. Ne, das war runter. Ich mach doch, Moment mal. Das war höher. Gut, jetzt machen wir zu. Ah, bist du runter wieder? Geht das? Ja. Jetzt hast du zumindest schon mal die. Ja, nehm ich mal die mit. Ja, das sieht doch gut aus. Das sind doch alle. Ja. Warte, ich fahr weg. Ja, sehr gut. Ich muss, glaub ich, mal den Autoload ausmachen bei dem Anhänger. Der nimmt alles mit, was so... Ja, das wäre auf jeden Fall zu empfehlen. So, wir haben hier einiges an Holz rumliegen. Hier wird auf alle Fälle, Tino, so diese Sammlung von diesen Holzstämmen Sinn machen, die du mal machen wolltest. Ja, sag ich ja. Weil dann können wir das hier schön einsortieren. Und wenn wir es benötigen, einfach mit dem Kahn, der hier vor Ort ist, mitnehmen. Muss das Sagschnitzel sein am Hof oder was? Äh, beim Sägewerk, beim anderen. Beim kleinen, bei den Gleisen. Da steht schon ein Traktor mit Anhänger. Kennt ihr den Film Deadpool? Ja, klar. Kommt jetzt der zweite Teil voraus. Der Trailer wird die Tage veröffentlicht, ja. Quatsch. Den musst du ja reinziehen, Alter. Du lachst dich schon mit dem Trailer kaputt, Alter. Deadpool war mega geil. Dann ist klasse. Wo ist denn Randy? Ich spiele gerade am Händler. Ich muss ja gerade mal hier gucken. Achso, oben bei den See oder was geh ich mal davon aus? Na da, wo wir jetzt abgeholzt haben. Ach, bei uns leider ist das so. Ja. So, jetzt liegt natürlich hier ein Bild und wunderbuntes Holz rum. Da müssen wir erstmal gucken, was wir damit machen, ne? Bei dem Dyer, der Dings auch noch hier steht, ey. Der volle, der volle, ähm, Anti-Runner-Aufsatz. Genau. Haben wir ja gesagt, lassen wir erstmal stehen. Genau. Und wenn er dann abgeladen ist, dann holen wir ihn wieder ab. Ja. Aber das wird... Naja gut, wir brauchen halt, äh, Feuerholz, äh, äh, Brennstoff. Brennstoff. Nein, ansonsten passiert hier nicht viel. Wobei, wir müssten sowieso mal einen Träger organisieren oder einen Teleskoplader, ich weiß nicht genau was, irgendwas von beiden, mit dem wir die Bretter von A nach B bringen können. Da oben. Dann. Ja. Und einfach nur... Aha. Okay. Weißt du, vom großen Sägewerk rausnehmen, zur nächsten Fabrik bringen, die genau gegenüber ist. Ja. Da müsste man was kaufen. Oh mein Gott. Wird man ja einfach den, ähm, Liebherr Teleskoplader nehmen, oder? Genau, zum Beispiel. Irgendwas. Hol den JCB. Hol den JCB. Hol den JCB, ja klar. Soll ich den mal holen? Wir brauchen den auf alle Fälle. Da kommen wir nicht drum rum. Besser, wir holen ihn jetzt, wenn wir Geld haben. Ja. Glaube. So, da fasst du den schon mal hoch. So macht mir das Friesen keinen Spaß. Ja, wie? Da fräsenfriesi. So. Also diese Map verstehe ich einfach nicht. Die Map ist irgendwie... Irgendwie... Habe ich das Gefühl? Ja. Ist verkehrt herum dargestellt auf dieser, auf dieser Karte da unten. Bin mir nicht sicher, aber irgendwie, ich fahre... Also das ist mit Abstand die Map, wo ich mich durchgehend immer wieder verfahre. Immer wieder. Weil ich immer einfach falsch abbiege. Oder die Straßen, das Straßensystem hier. Gibt ja aber auch so viele unendliche Wege, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Ich finde die Map echt cool, aber da verfahre ich mich echt immer. Brauchen wir. Äh, was hast du jetzt gekauft, Tino? Für vorne dran. Äh, Palettenkabel. Okay, super. Warum? Achso. Ja, ich hab gedacht, wegen Palettenkabel. Genau, genau. Ja, um das wärs gegangen, ja. Oh. Dick länger. Holla. Keine Angst, Freunde. Ich hab da jetzt das Taschentufels benutzen. Ich hab da jetzt einfach auf den Boden geschmissen. Da steht Papierkorb. Das ist ja vielleicht ganz lustig, aber... Einfach so zack weg. Oh, der ist ja süß. Ja, geil, ne? So. Oh. Eiserverfolgungsjagd im Wald. Hm. Wir müssen aber noch irgendwo ein Sägewerk haben, ne? Weil das scheint noch ein Sägewerk auf im Menü. Äh, ja. Ja. Ah. Bei uns das, oder? Ne, Moment mal. Lass mich mal gucken, wenn wir jetzt... Ne, ganz rechts oben, wenn du auf der Map guckst, ist noch eins. Das ist original. Ja. Das zeigt er auch dran, hier. Das ist original. Da ist auch eins. Genau, das ist das hier. Müsst'n du da hin, René? Och. Wollt einfach noch mal ne Runde dran. Weißt du, wo das rein muss? Hm. Wenn nicht hier, dann... woanders. Also hier schon, aber... Ne, wo wir mal hier das Ausgabe. Ne, dann muss dann ein Player vorne. Hm. Oh, 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 oh. Ja, genau. Ah, so ist ja knicklinger. Kann nicht klinger. Klinger? So. Genau. Tschut, tschut. So, dann stellen wir den mal vorne, wo die Paletten sind. Oder beziehungsweise, wo die Palettenstrecke ist. Da... Wo dann unsere Bretter rauskommen. Genau. Das finde ich auch sehr cool gemacht, muss ich wirklich sagen, hier. Mit diesem, ähm... Mit diesem langen, ähm... Förderband. Ja, wie nennt sich das? Förderbandbahn, ne? Oder Rollenband vielmehr. Ja. Ja. Oh, hier wird schon wieder mit dem Drehschirm rückwärts gefahren. Ah, das sieht gut aus. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, jetzt gibt's ja alles daneben. So. So. Sägewerk hat, ähm... Jetzt Treibstoff. Theoretisch sollte... Ja, wird ein bisschen dauern, aber dann wird die Produktion... Geht schon. Geht schon. Ja, produziert direkt los. Sehr schön. Ein absoluter Wahnsinn. Aber Freunde, wir sind hier erstmal fertig vor dem Braut. Deswegen sehen wir uns auch im nächsten Wiedersprich übermorgen. Das Dremstall hat nicht vergessen. Bei den anderen meinen, ey, schnackst du an, ne? Und ja, dann bis übermorgen. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.